Jo Leute, willkommen zu Hör mal wieder Helmhardt mit Marcel und Simon und wir müssen ein Segelboot bauen. Diesmal geht's, ich weiß sogar was das ist. Ein Segelboot? Segelboot weiß ich. Ach, kacke. Meinst du so ein Eis? Das wäre jetzt auch doof. Ein Segelboot ist ja wie bekanntlich aus Segeln und ich baue mir einfach jetzt ein Wikingerboot. Ach, du ekel. Oder willst du baue mir jetzt hier ein Wikingerboot hin? Wikingerboote sind einfach fucking geil. Sorry. So. Wie heißt denn das? Ach, Stairs, okay. So, der ist ehrlich gesagt herauskriegen, wie ich was hier baue. Du musst jetzt Inventar und dann bist du im Kreativmodus. Ach, ja gut, dann ist ja easy. Nee, du musst erst die Rohstoffe abbauen. Ja, ich dachte mir erst mal schon ein bisschen minen gehen. Und das alles in fünf Minuten. In fünf Minuten. Boah, locker, ich schaff das nicht hier, Alter. Ich hab mir schon wieder zu viel vorgenommen. Äh, da sind schon drei Leute gequittet. Zu hart. Ehrlich gesagt. Es sind halt nur fünf Leute drin, egal. Ah, nee, sechs. Sechsen drin. Das möchte ich, das möchte ich. Das gehört zu ein... Segelboot finde ich eigentlich ziemlich cool. Genau, Planken. Ja, Segelboot sind ganz cool. Das ist besser... Besser als Schneebesen. Oder Weihnachtsmann oder so ein Müll. Ja, das Problem bei so Standardbückel wie Weihnachtsmann ist halt, dass die Leute nicht offen für neue Sachen sind. Also, du musst halt einen stinknormalen Weihnachtsmann bauen, sonst wirst du halt schnell bewertet. Ja, aber das Ding ist, wie baust du denn den Weihnachtsmann? Ja, das ist natürlich dann die längste Frage, ne? Die müssen halt 2D bauen, sonst geht das ja nicht. Und das ist halt das Ding. Ah, halt nur noch drei Minuten. Fuck. Wird jetzt halt so richtig basic von mir. Ja, glaubst du, ich, äh... Brauch hier was anderes? Und legend schon. Ähm... Vor allem nicht in 5 Minuten, Alter. Fuck, wie mach ich denn am besten das Segel, äh, den Stand? Weißt du, ich den? Okay, danke. Das, das Lüfe schon selber aussieht. Man, man hilft gerne, ne? So, und jetzt Slaps. Und dann... Nachgemacht. Blö, du hast mir nachgemacht. Oh, gar nicht. Ich war als erstes da. Du hast mir auch den Namen Rukorti geklaut. Scheiß. So, Mist. Jetzt ist es aufgeflogen. Das sieht ziemlich geil aus. Okay, dann sieht es scheiße aus. Er ist so richtig überzeugt. Und dann so, mhm. Aber jetzt sieht es halt aus wie ein Boot mit einer Flagge. Bei mir sah es halt aus wie so eine Römerfragatte. So von dem, von meinem Texturpack her. Und dann irgendwie... ...dann doch nicht mehr. Ich werde wahrscheinlich gerade mal fertig mit dem Boot. Viel zu groß gebaut. Man kennt's, ne? Überleg gerade, ob ich die Schweizer Flagge mit da reinbringe, äh, aber... Das ist, wie das direkt dis-votet, Alter. Ich glaube, wenn du die deutsche Flagge draufpasst, dann kriegst du... ...dann dis-voten dir das alle. Direkt abgeschoben. Ach, du Feiße. Äh... Also, ich bin für mein erstes Mal schon's. Hm. Hey. Klingt falsch. Du klingt's falsch, Kollege. Du fickst mich niemals, Kollege. Ein Segelbutt. Ah, komm. Das passt doch. Warte mal. Das kann man uns sogar so lassen. Doch, ich mach mir gar keinen Stress. Mach mir gar keinen Stress. 20 Sekunden noch. Meinst du, das schaff ich? Ich hab nicht mal ein Segel. Boah, fuck das. Ich muss noch einen Block austauschen. Komm schon, komm schon. Ich bin ja so ein bisschen... Feierabend, ich bin fertig. Ich hab schon so ein bisschen Lust, da irgendwie Lava drunter zu setzen. Das ist nicht lieber. Es geht halt sogar, finde ich. Hättest du echt... Hä, wie hat der denn Wasser gemacht? Das sieht halt... Das sieht halt ganz... Das geht in Unterkunft wechseln. Ey, das ist halt echt super. Das sieht halt schon schon echt geil aus. Das ist halt ein Good. Das bekommt auch ein Good von mir. Besser als meins. Aber ich frage mich... Weil bei mir gab es nur Eisen. Alter, die sehen alle so geil aus, die Dinger. Und dann mit dem Gewitter. Alter, das ist mega gut. Ey, der bekommt... Der bekommt ein Amazing. Das ist echt eine heftige Runde. Ja, das ist halt besser als... Der vorherige, Alter. Junge, hier alleine mit diesen Dingern... Das sieht aus... Boah, das sieht echt geil aus. Wenn ich jetzt meins angucke, Alter... So eine richtige Arche. Das ist so eine... So eine Lustschale. Also wirklich Segelboot ist das nicht? Ja, ich wollte ja... Das ist ein großes Segelboot drauf. Hier ist mehr Segel als Boot. Alter, das ist... Das ist eindeutig... Das fällt. Das ist ein Okay. Das ist im Endeffekt beim Fallen. Guck mal, die Segel sind da ganz oben. Voller Piercing. Das sieht aus wie so ein Greifarm. Aha. Das ist kein Segelboot. Du bist kein Segelboot. Das geht... Das ist kein Segelboot. Das ist halt so ein Floß. Das bekommt von mir ein Gut. Dankeschön. Ah, das ist... Okay. Das ist doch ein Segel, oder? Da ist ein Segel. Das ist ein Segelboot. Er hat gesagt... Das Segel, bitte. Hier, man, everything is awesome, bitte. Schön, dass du hier Eis hast. Das ist halt eingefroren. Ich wollte da Wasser nehmen, aber es gab kein Wasser. Ja, das kriegt ein Gold. Das kriegt ein Gold. Wenigstens hat es ein Segel. Ja, ich habe viel zu groß gemacht. Das ist ein Segelboot, Mann. Okay, mal gucken. Oh. Ich bin der Ender. Ja, hier Vierter. Ist so easy. Die dritte Runde hinterher. So, und wir kommen zurück zu... Mal gucken, was wir jetzt in der zweiten Runde bauen müssen. Drei, zwei, eins. Chimney. Chimney. Was ist das? Was ist das? Ähm, ein... Da, wo der... Da, wo... Der Weihnachtsmann immer runterkommt. Wie heißt es denn? Ach, äh... Schornstein. Schornstein. Genau. Okay. Also wahrscheinlich mit Kamin dann, ne? Also brauche ich Netherrack. Ah, ne, das ist Netherbrick. Ähm, Netherrack. Kannst du bitte genau sagen, was du brauchst? Da. Ich baue Brick, Netherrack, Fire, äh, Flint and Steel. Und los geht's. Den Ground ändern wir direkt mal. Diamant. Ach, da wäre übrigens Wasser gewesen. Ähm, Cobblestone. Hier, Stormbrick. Alter, das ist doch schon eine Minute wahr. Am Arsch. So, ich bin mal gespannt, ob das irgendwie so wird, wie ich mir das gerade vorstelle. Wird das nicht. Schade. Ähm. Schade, schade, schade. Schade, schade. Da. Cobblestone. Ich bin echt gespannt, ob das was wird. Ja gut, ich hätte ein bisschen höher bauen müssen. Ähm. Wie heißt nochmal das? Obsidian. Ups. Ja. Hm. Was haben wir hier noch für Partikel? Explosion. White Smoke. So, was kann ich jetzt options? Partikel. Boah, das ist voll die konzentrierte Runde gerade, Alter. Ist halt einfach mega so. Wahrlich. Mensch. Ähm. Und dann brauche ich eine Pressure Plate. Und. Was ist das? Kann ich keinen Schnee machen als Untergrund? Nee, ich glaube nicht. Hallo. Boah, sieht ziemlich geil aus, finde ich. Also das sieht jetzt echt ganz geil aus. So, jetzt noch hier eine Wand drum ziehen. So. Das sieht eigentlich ganz gemütlich aus, finde ich. Das muss jetzt nur noch hier ein Dach drüber machen. So. Oh. Ja, egal. Meine Güte, man soll jetzt aber nicht so scheng sein. Wenn ihm irgendwas Schlechtes gibt, spiele ich nie wieder mit euch. 21 Sekunden, da lohnt es sich eh nicht mehr sich um. Na, ich. Ich bin echt gespannt. Aber mit Schnee wäre das schon cooler gewesen. Ja, einfach kackt. Boah, Alter. Ich habe in der letzten Sekunde noch den Stein da eingesetzt. Okay. Ah, hier kann man Kohle nachschaufeln. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich eng. Ja, ja, es kriegt ihn gut. Ja, es kriegt ihn gut. Boah. Ja, ich würde sagen, habe ich drei. Ich wäre fast eine zwei gewesen. Das sieht ja aus. Ah, das ist ja mal mega, Alter. Das sieht halt aus wie. Ähm. Ich will es jetzt nicht sagen. Ich weiß, was du. Also, konfirmieren, meh. Das erinnert mich zu sehr am Tode, das du fragst. Was ist das? Oh. Everything is awesome. Meiser bleeding. Meiser bleeding, Alter. Hätte es guter gefunden, hätte da Jimbley geschrieben oder so. Just a change. Okay. Ja, der ist okay. Meh. Der ist halt so, der ist dann einfach so Block und dann da hoch und, ne, das sieht irgendwie aus wie. Ah, jetzt ist es okay, jetzt ist es okay, das ist hier oben nicht mehr offen. Also, man hätte, äh, glaube ich, gut mit den Stufen arbeiten können. Genau, hier ist das gleiche wieder. Zwar mit Stufen gearbeitet, aber irgendwie, weiß ich nicht. Äh, den finde ich ganz gut. Man hätte, man hätte den Smokin machen können, aber das habe ich auch erst gerade eben erst erfahren. Ja. Hätten wir mal. Zeit vergessen. Hat keine Zeit. Was ist das? Was? Alter, oh, du Vitaat, Alter. Das, das ist einfach ein Leuchtturm, Alter. Immer kommt das nur mehr. Was ist das? Mögliche ein Leuchtturm? Ja, wir sind das eine, das ein Leuchtturm ist, das andere ist eine Boje, Alter. Wow. Die brennen einfach. Was ist das? Tim, ey. Tim, ey. Warum machen das so, Alter, ist das irgendwie lustig? Also, das eine fand ich cool, weil da Diamanten dran war. Endlich, Alter. Endlich hat es explodiert. Warum ist das andere nicht explodiert? Das ist einfach ein Holzhaus. Das würde das Dach gar nicht tragen können. Das bekommt ein It's okay. Nee, das ist ein Problem. Alter, und warum es kriegt ein Effish-Thinges, äh, mein Ice-Up-Leading, weil das, der, der Ofen brennt hier oben. Ja. Das Haus ist on fire. Du kommst mal Ice-Up-Leading. Wieso, wieso kriegt meins ein Ice-Up-Leading, aber das da, darf existieren? Das, das kriegt auch mal Ice-Up-Leading. Nee, hier hab ich mal Ice-Up-Leading gegeben. Das sieht voll aus wie eine Retro-Explosion. Ei, ei, ei. Kai Kai 93. Oh, das sieht schön aus. Das ist bestimmt kreis. Nee, das kann ja unten sich hinsetzen, so vor den Ofen. Find ich ganz geil. Ich, mh, nee. Als ob das sieht voll gut aus. Als ob du eigentlich nicht wärmen wolltest. Du hast mich nicht, du hast mich nicht mal bewertet. Soll ich das vergessen? Aber ich bin Dritter, Alter, guck dir das mal an. Ich war noch nie so gut. Ich bin ein Punkt hinter, hinter dem Post. Ich war noch nie so gut. Tja. Natürlich bin ich besser. Ist ja auch prof. Gut, Freund, ich würde sagen, das war's. Ja, ich war Professor. Ich will auch das nächste wieder ein, wenn's heißt, let's play. Hören wir, wer da hammert. Im Fernseher kommt grad Southpuck, Stick of Truth. Ähm, jo, bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.